Achso, sind wir schon live? Ja, dann legen wir doch einfach los. Hi, ich bin Sascha und ich zeige euch heute Solicy Parametric. Ich habe mir gedacht, wir konstruieren einfach mal eine kleine Wartungsbühne und das schauen wir uns jetzt an. So, zu Beginn starten wir unsere Profilfunktion, um neue benötigte Profile zu konstruieren. Als erstes fangen wir hier mit den U-Profilen an. Zusätzlich benutze ich die Offsets, um die entsprechend korrekte Position einzustellen. In diesem Fall will ich auch das Profil auf der einen Seite immer ein Stück verlängert haben. Danach kann ich das Profil einfach so platzieren. Auf der anderen Seite wiederholen wir das Ganze mit dem zweiten U-Profil. Jetzt kommen die Rechteckrohre an die Reihe, die wir zur Verstrebung benutzen. Hier benutze ich jetzt die individuellen Offsets, um die Position genau zu bestimmen, ohne eine neue Systemlinie zeichnen zu müssen. Für die Stützen nehme ich auch wieder Rechteckrohre, diesmal aber eine andere Größe. So weit, so gut. Als nächstes kommen wir zu den Verbindungen. Hier wollen wir uns die ganze Sache verbinden, indem wir Kopfplatten benutzen. Wir starten am Fuß der Rechteckrohre mit den Fußplatten. Hierzu müssen wir einfach nur das entsprechende Profil auswählen. Dann kriegen wir unsere Vorschau. Wir können die Offset-Richtung ändern und dazu eine Platte aus unserer selbstlehrenden Datenbank auswählen. Diese habe ich vorab schon vorbereitet. Als nächstes nehmen wir uns mit der normalen Kopfplatten-Funktion die anderen Kopfplatten-Verbindungen vor. Wie zuvor auch, nehmen wir hier auch wieder die Kopfplatten aus unserer selbstlehrenden Datenbank. Zum Abschluss wollen wir auch hier die Treppenwange mit einer Kopfplatte auswählen. an das hintere U-Profil anschließen. Dazu können wir auch einfach das Profil auswählen und die Anschlussfläche auswählen. Und den Rest erledigt die Software von alleine. Wir wählen wieder eine Kopfplatte aus den Einstellungen aus. Bestätigen das Ganze. Und zack, hat auch die Software hier das Profil automatisch bis zum gewollten Punkt verlängert. So weit, so gut. Das ging schon mal ziemlich schnell. Um das zu kurze Geländer, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das übernimmt die Solid-Seal-Update-Funktion vollautomatisch für uns. Schauen wir uns das mal an. Schon genial, wie schnell das geht. Als nächstes widmen wir uns auf der anderen Seite dem nächsten Treppenabschnitt. Dazu benutzen wir unsere Treppenfunktion. Zur Platzierung einer Treppe benutzen wir einfach nur nach dem Starten der Funktion eine Startlinie und danach eine Endlinie auswählen. Und schon erzeugt die Software zwischen diesen beiden Linien eine direkte Verbindung und eine Vorschau für unsere Treppe. Die Profile und die Treppen sind schon vorausgewählt. Das heißt, ich kann jetzt die genauere Konfiguration starten. Und hier müssen wir uns jetzt nur um unsere Erweiterung kümmern. An der Oberseite benötigen wir eine horizontale Erweiterung mit der Länge von 1,5 Meter. Und an der Unterseite brauchen wir eine vertikale Verbindung mit der Länge von 200 Millimetern. Im Abschnitt für die Treppenstufen können wir jetzt an der Unterseite noch eine zusätzliche Stufe einfügen, um die Lücke zu schließen bis zum Fußboden. Danach bestätigen wir das und schauen der Software zu beim Erstellen der Treppe. Ziemlich schnell. Das muss so erstmal einer nachmachen. Um unsere Treppe anzuschließen, benutzen wir einfach die dritte Kraftverladen-Funktion, um Gärungsplatten zwischen den entsprechenden Profilen zu platzieren. Die Platten kommen auch wieder aus unserer Datenbank. Wenn wir jetzt schon mal in der Ecke sind, sehen wir, wir brauchen noch einen Gärungsschnitt zwischen unseren Profilen, die sich in der Ecke treffen. Dazu können wir einfach unsere Schnittfunktion benutzen, um einen Gärungsschnitt zwischen den beiden Profilen zu erzeugen. Das geht fix. Als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass unser Gärungsprofil mit zu unserer passenden Schweißbaugruppe kommt. Dazu benutzen wir die Funktion Schweißbaugruppen und können hier zu einer existierenden Schweißbaugruppe über die passende Auswahl die anderen Teile hinzufügen. So haben wir mit wenigen Klicks unsere Baugruppe umstrukturiert. Als nächstes fügen wir unserer Baugruppe auf der linken Seite Geländer hinzu. Dafür nutzen wir unsere Funktion individuelle Geländer. Wir können hier aus einem vorab konstruierten Template wählen und können zur Platzierung einfach eine Fläche und zusätzlich eine Kante unseres U-Profils anwählen, um unser Geländer zu platzieren. Zusätzlich versetzen wir jetzt mit Offsets den Start- und den Endpunkt, um mittig auf der Fläche zu sitzen. Mit dem Bestätigen öffnet die Software automatisch das vorab gewählte Template und führt Änderungen durch, um es an die aktuelle Situation anzupassen. Ich wiederhole das Ganze jetzt auf der geraden Fläche mit der gleichen Vorlage. Danach können wir sehen, wie sich das Ganze an die neue Situation ebenfalls anpasst und er eine zweite Variante dieses Geländers in unserer Baugruppe erzeugt. Wie wir gesehen haben, können wir mit der Geländerfunktion jede Menge Arbeit sparen. Wir müssen nur einmal eine Geländerbaugruppe konstruieren und können diese beliebig oft in verschiedenen Situationen wiederverwenden. Als nächstes schließen wir unsere Geländerbaugruppen an unsere bestehende Konstruktion an. Dazu benutzen wir einfach wieder die Kopfflattenfunktion. Die habt ihr vorher schon gesehen, daher machen wir das Ganze hier im Schnelldurchlauf. So, das ging bis hierhin schon mal ziemlich flott und sieht ziemlich gut aus. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein kleines Problem, weil für unsere individuelle Geländerfunktion das Ganze ein bisschen zu eng ist. Dafür habe ich mir was anderes überlegt. Wir benutzen einfach eine zweite Solid-Zielbaugruppe, die ich vorab schon erstellt habe, die ein Geländerübereck darstellt. Das Geländerübereck, das werden wir jetzt mit der Importfunktion einfügen. Dazu wählen wir einfach die entsprechende Baugruppe. Diese wird automatisch mit den entsprechenden Einstellungen als Kopie in unsere aktuelle Baugruppe eingefügt. Hier sehen wir schon mal eine Vorschau. Hier haben wir jetzt beide Baugruppen zusammen in einem. Und als nächstes müssen wir uns um die Positionierung kümmern. Auch dafür haben wir eine Funktion in Solid-Ziel-Parametrik integriert. Mit der Baugruppe Positionieren-Funktion haben wir jetzt die Möglichkeit, einzelne Skizzenpunkte aneinander zu verknüpfen, um die Skizze zu verschieben und anzupassen. Nacheinander suchen wir jetzt Punktepaare aus unseren beiden Skizzen, um diese miteinander zu verknüpfen. Nachdem wir das Ganze bestätigen, macht die Software den Rest. Wie wir sehen, hat sich jetzt die Skizze automatisch angepasst. Und als nächstes haben wir wieder einen Job für unsere Update-Funktion. Super. Und schon ist unser Geländer auch schon wieder fertig für die andere Seite. Auch hier verbinden wir das Geländer wieder mit unserer Treppe über die Kopfflatten-Funktion. Aber das Ganze kennt ihr schon von der anderen Seite, deswegen ersparen wir euch den Part. So, nach einigen Klicks sind wir wieder zurück in der Baugruppe und alle Geländer sind vollständig montiert. Als nächstes, um die Baugruppe abzuschließen, habe ich mir gedacht, wir fügen noch ein paar Gitterroste ein. Für die Gitterroste brauchen wir natürlich eine Möglichkeit, um diese abzulegen. Dazu fügen wir in der Baugruppe noch ein paar L-Profile ein. Wie wir sehen, ist es auch möglich, an Linien, wo bereits ein Profil platziert ist, noch weitere Profile anzufügen. Deswegen können wir hier einfach das L-Profil zusätzlich zu dem U-Profil platzieren, mit entsprechenden Offsets an die richtige Stelle rücken. Die anderen L-Profile habe ich auf die gleiche Art und Weise platziert und blende sie euch jetzt hier ein. Und danach können wir direkt einfach unsere Gitter hinzufügen. Damit haben wir ziemlich schnell unsere kleine Wartungsbühne fertiggestellt. Im nächsten Abschnitt gucken wir uns jetzt noch an, was wir jetzt noch tun können. Als erstes können wir unserer Baugruppe Positionsnummern zuweisen, um danach eine Stückliste und Zeichnungen zu erstellen. Ich habe gerade über die Taskleiste die Positionsnummernverteilung angestoßen. Der Prozess, der dahinter steckt, kann etwas dauern. So, wir sind fertig und hier seht ihr jetzt eine Übersicht von unseren Positionsnummern. Direkt im Anschluss können wir jetzt über die Exportfunktion eine Excel-Stückliste erstellen. Dazu können wir aus vielen verschiedenen Templates auswählen, um verschiedene Listentypen gleichzeitig oder einzeln zu erstellen. So, schauen wir uns die Stückliste einfach mal an. Ich habe eine Vorlage genommen, die verschiedene Listentypen gleichzeitig erstellt. Auf der ersten Seite sehen wir zum Beispiel eine Schraubenliste. Auch möglich eine Sägeliste. Hier sehen wir schön die verschiedenen Schnittwinkel unserer Treppenwangen. In der Strukturliste können wir die Baugruppenstruktur sehen, mit unseren ganzen Schweißbaugruppen. Auf der Profilliste haben wir Profile nach Profiltyp sortiert. Und auf der Blechliste das gleiche für die Bleche. Und auf der Mengenliste können wir einfach alle Einzelteile untereinander sehen. Ziemlich genial. Zum Abschluss erzeugen wir jetzt noch eine Zeichnung, um euch zu zeigen, wie wir vollautomatisiert Zeichnungen von Solid Steel erstellen lassen können. Ich suche mir hierfür eine von den Treppenwangen raus. Und alles, was ich tun muss, ist, ein Template auszuwählen, eine Auftragsnummer anzugeben und einen Speicherort auszusuchen. Der Export der Zeichnung geht ziemlich schnell. Daher öffne ich euch die Zeichnung jetzt nochmal, um einen kurzen Blick drauf zu werfen. Wie wir sehen können, sind alle Maße, die wir zur Fertigung des Teils benötigen, automatisch eingefügt worden. Weitere Informationen können wir natürlich nach Belieben ergänzen. Das war unsere kurze Demo zu Solid Steel Parametric. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.